Hier nochmal die Aufgaben in dem Aufgabenbereich, wenn man hier auf den Reiter Aufgaben klickt, die Datenbank ist schon ausgewählt, dann habe ich hier entsprechende Aufgabe, die ich dann lösen kann und es wird mir dann angezeigt, was hier beim Ereignis, Ergebnis rauskommt, ob es richtig oder falsch ist. Und wenn es richtig ist, wird mir die nächste Aufgabe angezeigt. Gehen wir es mal durch. Hier die Aufgabe, liste alle Klassen der Schule auf. Ja, alle Klassen der Schule wird hier drin sein bei der Klassentabelle und dann sage ich Sternchen und das sind alle Klassen der Schule. Super, weiter geht's. Nächste Aufgabe. Hier steht, liste alle Schülerinnen und Schüler der Schule auf. Also werde ich wohl hier die Tabelle Schüler brauchen. Ich sage hier wieder Sternchen und ich habe hier alle Schülerinnen und Schüler. Super, weiter geht's. Nächste Aufgabe. Dann lasst ihr alle Lehrerinnen und Lehrer der Schule auflisten. Hier brauche ich natürlich die Tabelle Lehrer. Ich mache das wieder mit Sternchen und das sind hier alle Lehrer. Sag ich, okay, weiter geht's. Nächste Aufgabe. So, dann, äh, der Paul kommt in Sekretariat, äh, soll die Mutter angerufen werden und die Sekretärin sucht den Nachnamen. Also, finde aus der Tabelle Schüler den Nachnamen von Paul. Ja, dann müssen wir natürlich die Tabelle wechseln auf Schüler. Ich sage jetzt hier mal Vorname und wir brauchen den Nachnamen, den wollen wir ausgeben und den Vornamen, dass wir es einfach überprüfen können. Dann sagen wir, wer. Hier sagen wir, den Vornamen ist gleich Paul. Wert Paul eingeben. So, und dann haben wir Bauer. Weiter geht's. Okay. Wunderbar. Nächste Aufgabe. Sortiere alle Schüler nach dem Geburtsdatum. Trage den Vornamen des ältesten Schülern in das Eingabefeld ein. Also, das heißt, wir müssen hier programmieren, herausfinden, was zeigt das Ergebnis. Und das Ergebnis hier eintragen und dann checken lassen, ob das Ergebnis stimmt. Also, sortiere alle Schüler nach dem Geburtsdatum. Also, wir müssen sagen wieder Select. Dann die Tabelle. Brauchen wir Schüler. Und jetzt müssen wir schauen, jetzt brauchen wir die Aggregatsfunktion, und zwar den ältesten Schüler. Das heißt, der älteste Schüler hat dann praktisch das kleinste Datum. Also, select Min. Und wir wählen das Geburtsdatum aus. Schauen wir mal, wer da rauskommt. Ob das schon ausreicht. Aber wir haben jetzt nur das Datum. Wir brauchen jetzt noch den Namen dazu. Und das heißt, wir klicken hier drauf. Dann, nach was soll man denn suchen? Nach dem Vornamen. Also, gehen wir den Vornamen ein. Und hier steht RENA. Also, RENA. Checken wir das Ganze mal. Richtig. Nächste Aufgabe. Also, wir mussten uns auch den Vornamen ausgeben lassen. Das Datum alleine konnte man nicht überprüfen. Dann, nächste Aufgabe. Suche die höchste Gehaltsstufe aller Lehrkräfte mit der Aggregatsfunktion Max heraus. Okay. Das löschen wir mal wieder. Select from Lehrer. Und jetzt brauchen wir die Aggregatsfunktion Max. Und dann die Besoldung. Mal schauen, was da rauskommt. A13 ist richtig. Weiter geht's. Nächste Aufgabe. So, dann die Gehaltsstufe. Und zusätzlich den Vor- und den Nachnamen anzeigen. Da können wir das hier schon noch hernehmen. Wir gehen hier drauf. Machen eine neue Spalte auf. Und sagen Vorname. Noch eine Spalte. Sagen Nachname. Und das müsste jetzt ausreichend sein. Wunderbar. Super. Weiter geht's. Nächste Aufgabe. Finde heraus, wie viele Schülerinnen in jeder Klasse sind. Okay. Ich mache mal alles kurz weg. Wir brauchen auf alle Fälle die Schüler-Datenbank-Tabelle. und dann sagen wir Aggregat, weil wir ja auszählen wollen. Und da machen wir mal die Klassen-ID. Das, was hier ausgegeben wird, sind dann 70, aber wenn man es dann nach den Klassen, also erste bis vierte, gruppiert haben wollen, brauchen wir auch den Befehl, dann brauchen wir auch den Befehl Group by und da sagen wir dann auch die Klassen-ID, ja. Also er erzählt die Klassen und gruppiert sind nach den Klassen. Und dann haben wir dann noch die Klassen-ID. Und dann haben wir praktisch für jede Klasse, die jetzt hier aber nicht dabei steht, weil wir nur in der Tabelle Schüler dran sind, wo keine Klassenzugehörigkeit drin ist, praktisch nur die Jahrgangsstufe, haben wir hier praktisch die Schülerzahlen pro Klasse. Dann schauen wir zur letzten Aufgabe. Bei der letzten Aufgabe, verbinde Tabelle Schüler mit Klassen, um den Namen der Klassen auszugeben. Genau, okay. Was können wir da hier hernehmen? Select Count vom Schüler, Group by Klasse. Hier müssen wir erst mal auf die andere Klasse verweisen. Das machen wir mit Join. Schüler haben wir schon offen. Das heißt, wir brauchen jetzt die Tabelle mit den Klassen. Bei den Klassen-Tabellen können wir nochmal das Schema aufmachen. Wir müssen jetzt also die Schüler-Tabelle mit der Klassen-Tabelle verknüpfen. Das heißt, wir haben hier bei den Schülern die Klassen-ID ist gleich die ID in der Klassen-Tabelle. Das bedeutet, Schüler-Klassen-Tabelle ist hier, die ist gleich zu setzen, also ist gleich mit der Klassen-Tabelle aus dieser Tabelle. Also Klassen-Tabelle, also Klassen-Tabelle mit dieser ID. Okay, jetzt haben wir also beide miteinander verknüpft. Und jetzt können wir wieder sagen, Group by den Klassen. Das heißt, jetzt können wir nicht wieder sagen, jetzt erst können wir sagen, Group hier bei den Klassen-Namen. Mal schauen, ob es funktioniert. Okay, er hat jetzt die Klassen nochmal gruppiert. Ah ja, das fehlt noch. Wir brauchen noch eine Spalte. Und zwar mit den Klassen-Namen. Jetzt schaut es natürlich ein bisschen wirr aus, weil hier viele Zeilenumbrüche da sind. Schauen wir mal, was herauskommt. Genau. Wir haben jetzt also 18 Schüler in der Klasse 1a, 19, 2b und so weiter. Und er sagt uns auch, okay, alles super, nächste Aufgabe. Wobei, die Aufgaben sind hier durch. Okay.